Kühlbox Ich möchte die Kühlbox einstellen, und wähle die Touchscreen an, Kühlbox und für das sofort zu aktivieren ist Kühlbox einschalten und dann sehen wir hier das Gutezeichen das heisst sie ist aktiviert, plus wir sehen permanent, dass immer solange die Kühlbox läuft das orange Kontrolllampe leuchtet. Kühlstufe kann ich hier einstellen, in der Masse anwählen Wir empfehlen 2 bis 3, das ist die normale Temperatur. Ich kann sie weiter runterstellen ich habe auf Maximal und dann habe ich zum Beispiel die Glassengefreuer Funktion zurückstellen auf 3, dann ist das ok. Ich kann sie noch einstellen, dass sie erst später starten verzögert, wenn ich weiss, dass sie erst später werden. Sie sind einstellen, in der Zeit bis zum Beispiel